Geschichte ist für dich kein alter Hut, sondern du möchtest viel über das Gedächtnis der Stadt erfahren? Dann komm als FAMI-Archiv zu uns und lass dir die stadtgeschichtlichen Originalunterlagen im Stadtarchiv zeigen und alles, was damit zu tun hat. Du bist die Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner und unterstützt Interessierte bei ihren stadtgeschichtlichen Nachforschungen. Du sichtest Schriftgut sowie andere Informationsträger. Digital sind wir auch unterwegs mit einer speziellen Archivsoftware. Vielen Dank.